Wer kennt das nicht, nach dem Sport, ein, zwei Tage später, tun die Beine weh, tun die Schultern weh, ich kriege die Arme nicht mehr hoch, ich kann kaum eine Treppe hochsteigen oder vielleicht nicht mehr mehr wirklich mich vom Klo wieder in die aufrechte Position begeben. Muskelkater. Ein großes Thema in jedem Bereich von Training, sei das bei Profisportlern, bei Hobbysportlern. Es gibt dazu tausende Videos und auch viele, viele Mythen und Missinformationen, die kursieren. Denn heute wollen wir das ändern. Hi und herzlich willkommen zu The Daily Minute und wie bereits angekündigt mit einem Video über Muskelkater. Ich möchte heute dir mehr darüber erzählen, was Muskelkater ist, wie das entsteht, was Mechanismen dahinter sind, wie lange das geht, bis das auftritt und auch, ob das ein gutes Maß ist für ein gutes Training oder eben nicht. Fangen wir damit an, was Muskelkater wahrscheinlich ist. Der aufmerksame Zuhörer hat gemerkt, wahrscheinlich ist, Muskelkater ist bis heute noch nicht ganz hundertprozentig geklärt, was es direkt ist, aber es deutet einiges darauf hin, dass es sich bei Muskelkater um eine Art Verletzung oder Belastung von hauptsächlich Typ 1, also den langsameren Muskelfasern handelt. Diese Belastung oder Schädigung ist bis zu einem gewissen Grad eine effektive, strukturelle Schädigung der Muskulatur. Diese Schädigung hängt aber nur im gewissen Grad, auch mit Schmerzen und Beschwerden dann zusammen. Die Symptome von Muskelkater werden den meisten bekannt sein. Das kann leichtes Unwoll sein, bis Schmerzen, die die Bewegung und Beweglichkeit massiv einschränken können. In der Regel treten die ersten größeren Beschwerden ungefähr acht Stunden nach der Trainingsbelastung auf und die Spitze der Symptome bewegt sich in den meisten Fällen bei 48 bis 72 Stunden. Muskelkater wird hauptsächlich durch Belastungen und Trainingsreize hervorgerufen, auf die wir nicht gut vorbereitet sind oder die wir nicht gut antizipieren können. Ebenfalls sehr oft im Spiel sind dabei exzentrische Übungen. Das sind Bewegungen, bei denen der bremsende Anteil größer gewichtet wird oder vielleicht sogar in Isolation nur der bremsende Teil der Bewegung durchgeführt wird. Bei exzentrischen Belastungen ist der mechanische Stress des Gewichtes oder der durch die Bewegung auf die Kellenkomuskulatur wirkt, auf weniger Muskelfasern verteilt, was die einzelne Belastung dadurch erhöht und dann eben zu diesen Muskelschädigungen, die im kleinen Rahmen vorhanden sind, anführen kann. Ebenfalls ein wichtiges Stichwort bei Muskelkater ist der metabolische Stress. Das sind freie Radikale und freie Wasserstoffatome, die dabei kursieren, die durch Stoffwechselprozesse einfach ausgelöst werden und dann im Blutkreislauf und zwischen den Zellen in der Muskulatur dann vorhanden sind, die Gewebsschädigend wirken können. Das ist sowas wie Säure, die einfach dann da ist. Nächstes wichtiges Stichwort Säure. Viel hört man, dass Laktat, also die Milchsäure, die während sportlichen Aktivitäten produziert wird in der Muskulatur, verantwortlich sei für Muskelkater. Und das stimmt so nicht. Das Laktat ist zwar vorhanden nach größeren Belastungen, baut sich aber auch nach sehr hohen Belastungen oder auch nach exzentrischen Belastungen in einem ganz normalen Rahmen wieder ab und verschwindet dann aus der Muskulatur. Die Veränderungen der Zellstruktur, die das Verhältnis oder die Möglichkeit, Wasser in und aus der Zelle zu transportieren, einschränken, das ist eben nicht das Laktat, sondern das sind diese freien Radikale und diese freien Wasserstoffatome, die genau diese Fähigkeit behindern und dann dadurch zu Schädigungen und zum Muskelkater führen können. Ein riesen Begriff im Kraftsport ist No Pain No Gain. Und No Pain No Gain wird oftmals auch auf Muskelkater bezogen, dass man nach dem Training möglichst starken Muskelkater haben solle, weil Muskelkater ein Zeichen dafür ist, dass der Muskel wächst. So wie es manchmal bei Kindern vorkommt mit Wachstumsschmerzen, ist die Idee, dass wenn wir schad trainieren, ein größeres Wachstum daraus resultiert und daher wieder Schmerzen haben in der Muskulatur. Wie bereits erwähnt, Muskelkater hat mehr damit zu tun, wie gut wir auf eine Belastung vorbereitet sind, wie gut wir eine Belastung bewältigen können und nicht wie groß die Anpassungsreaktion danach ist. Das kann sein, dass wir etwas ganz Einfaches, Leichtes machen, was wir noch nie gemacht haben. Wir haben riesen Muskelkater davon und andererseits können wir sehr schwere, große Gewichte bewegen, die zu größerem Wachstum führen können und haben danach keinen Muskelkater. Die durch den Muskelkater hervorgerufenen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen könnten sogar das Wachstum der Muskulatur so mittel- bis langfristig einschränken und hemmen. Man stellt sich dabei vor, wenn ich durch den Muskelkater mich weniger gut und effizient bewegen kann, werde ich auch meine Muskulatur weniger gut und effizient ansteuern können. Ich brauche aber, um einen optimalen Trainingsreiz für Muskelwachstum zu erreichen, eine sehr gute Ansteuerung, eine sehr gute Kontraktion der Muskulatur, damit ich optimale Last bewegen kann, um den mechanischen Stress auf die Muskulatur hoch genug zu halten, dass diese entsprechende Aufbaureaktion dann geschieht. Sollte jetzt durch den Muskelkater sehr viel Schmerz da sein, muss ich mein Gewicht reduzieren, dass ich im Training bewege, vielleicht sogar den Bewegungsumfang einschränken, indem ich mich bewege, was alles negative Auswirkungen auf das Muskelwachstum haben kann. Um bei der Einschränkung des Trainings zu bleiben, Muskelkater kann sogar die Kraftkapazität um bis zu 50% verringern. Das heißt, auch wieder hier im Training muss ich mit kleineren Lasten auskommen, solange Muskelkater vorhanden ist, der wirklich einschränkend ist, was die Anpassungsreaktion durch tiefer volumiges oder tiefer intensives Training dann wieder negativ beeinflusst. Muskelkater, ein Thema, das oftmals sauer aufstößt, auch wenn es nicht viel mit Milchsäure und Sauersein zu tun hat. Wir haben gehört, metabolischer Stress ist ein großer Player und noch viel wichtiger, unangepasste, unvorbereitete Belastungen führen wirklich zum Muskelkater, genauso wie exzentrisch fokussierte Bewegungen mit hoher Last zum Beispiel, die dann eher diese Muskelbelastungen erhöhen und zu kleinen Schädigungen führen können. Ich finde das zu Herzen für dein nächstes Training. Du musst danach nicht flach liegen mit Schmerzen und für eine Woche im Bett, ohne dass du wieder noch gehen kannst nach dem letzten Leg Day. Du darfst also auch so trainieren, dass du danach noch gut laufen kannst und vom Klo aufstehen kannst. Alles im grünen Bereich. Ich hoffe damit, dass ich dir einen kleinen Gefallen getan habe, dass du danach immer wieder besser unterwegs bist nach deinem Training und nicht nur den nächsten Muskelkater suchst, um dein Muskelwachstum optimal zu unterstützen. In dem Fall, bau dir deine Muskeln und deine Geschichte. Bis zum nächsten Mal bei The Daily Minute. Tschüss.